Hallo meine Lieben und Willkommen zurück zu einem neuen Mango-Dango. Du musst jetzt nicht kratzen. Hauptsache sie machen gute Geräusche. Das auch. Autsch. Hier ist ein Bier und ein Bier. Upsch. Extraversion in Klamour. Der Struggle ist real. Also ganz ehrlich, für manche brauche ich natürlich vielleicht ein bisschen besser. Ja. Wie sagt man das? ASMR ist ja eine Entspannungsmethode. Autonomic Sensory. Oh Gott, ich muss mal schauen. Die Entruste sind sehr pessimistisch. Nein. Ich muss kurz Pause machen. Hui, was ist noch alles passiert? Wie wäre es mit dem roten? Heute mal ein rotes. Huch. Huch. Das ist so. Ups. Huch. Ja, also da hat jetzt nicht ein, ähm, eine bestimmte, ja denkst du dir halt. Für das zweite Video brauche ich die Kamera. Höhle. Nein, nicht die Kamera. Oh Gott, ist das laut. Was fliegt da? Ein Helikopter. Wahrscheinlich. Dann warte ich kurz. Eigentlich hört sich das wieder lauter an auf dem Kopf, weil man alles da in echt. Wenn man das anhört, dann... Im Nachhinein. Aber ich glaube, mein Laptop spinnt sowieso. Da hört sich alles leise an. Weil ich jetzt in der Dach dafür mein Kopfhörer kaufen musste. Naja. Warten wir einfach noch ein bisschen. Ich glaube, es geht auch die ganze Zeit schon ein Rasenmeer. Aber den hört man hoffentlich nicht so laut. Oh Gott. Ich höre schon. Atemsteuerung. Weil ich davor auch schon ein Video gedreht habe. Aber wir können einfach ein bisschen quatschen. Mit Spaß. Das klingt falsch. Die gibt es dann auch noch in... Oh. Äh, sorry. Flüstern kann anstrengend sein. Und ich schwitze so sehr. Es hat über 30 Grad draus. Okay. Ich bin wieder zurück. Meine Katze. Meine Katze. Das ist ins alten Papier geklettert. Der Schriftstelle heißt übrigens Felix Walk. Felix Walk. Felix Walk. Felix Walk. Also Walk. Bitte. Gang. Spaziergang oder Einwalking. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Und du. Und ich hoffe es hat dich zugesagt. Und noch ein Akku schwarz. Danke schwarz. Woo-Ü-Ü-Ü-K-L… Untertitelung. BR 2018